Kurz vor Feierabend, im härtesten Job Hessens, 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht, die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Felix Möse hat gerade angerufen, der braucht noch einen Gag zur Einschulung. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, hab ich auch gesagt, war ja heute Morgen. Aber ich glaube, ich hab schon einen. Wie findest du den? Schultüte oder wie man im Lehrerzimmer einer Waldorfschule sagt, tränen ja auch mal eine. Wow. Der ist ja mal richtig gut. Ja. Oder wir machen es allgemein. Pass mal auf, Dirk. Der NSA sind Schüler ja ein Dorn im Auge. Frag mal, wieso? Wieso? Na, durch die miese Rechtschreibung bleiben sämtliche Nachrichten verschlüsselt. Der ist richtig, richtig gut. Ja, den find ich richtig gut. Ja. Ich hab aber auch noch einen. Mittlerweile werden Schulschwänzer sogar von der Polizei zu Hause abgeholt. Und darunter sind nicht nur Lehrer. Der ist es. Dann machen wir Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend. Im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Gewinner des Deutschen Radiopreises. Nur bei Hitradio FFH. Nur bei Hitradio FFH.